Ja Leute, ich war zwar seit meinem letzten Video immer noch nicht beim Friseur, aber wir haben knapp 30.000 Dollar an Profiten aus unserem aktuellen 1,5 Millionen Dollar Short Trade rausgenommen. Ich hatte euch das Ganze natürlich auch hier bei meinen Posts wie immer kostenlos mitgeteilt, aber Leute, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, es sind nicht mal mehr 24 Stunden bis zu den US-Wahlen und wir sehen beim Bitcoin natürlich gerade, dass sich der Chart ganz, ganz klar unter unserem wichtigen Widerstand befindet, den wir ja so gerne auf der Wochenkerze, das heißt natürlich mit der, die jetzt in 8 Stunden schließt, nach oben hin durchbrochen hätten und eine Kerze über den 70.000 Dollar eigentlich für ein bullisches Szenario gebraucht hätten. Das sieht natürlich jetzt im ersten Moment erstmal nicht so aus und vor allen Dingen haben wir das weiteren, wie ja schon jeder wahrscheinlich weiß, logischerweise die US-Wahlen, die auch, wie gesagt, in nicht mal 24 Stunden kommen. Und eine Sache, die wir da gesehen haben und ich meine, das ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum wir hier so einen massiven FOMO-Run in dieser Woche noch gesehen haben, ist natürlich Punkt 1, viele Leute haben darauf spekuliert, dass wir diesen Widerstand nach oben hin durchbrechen und diesen natürlich auch bestätigt nach oben hin durchbrechen, was natürlich ganz, ganz klar nicht passiert ist, wenn wir auf dem Daily-Time-Frame schauen. Wir haben mit der aktuellen Tageskerze vielleicht noch eine Chance, über den 69.000 Dollar zu schließen und dann eben Stück für Stück hier den ehemaligen Hochpunkt wieder nach oben hin zu durchbrechen. Ja, dann wäre das ein bestätigtes Breakout und wir können uns darauf einstellen, dass Bitcoin endlich mal in die Richtung von den 80.000 Dollar geht. Aber diese Tageskerze hat noch nicht geschlossen und ich gehe auch davon aus, dass diese aktuelle Korrektur ein bisschen was damit zu tun hat, dass sich viele Leute im Kryptomarkt ein bisschen der Realität wieder, sage ich jetzt mal, angepasst haben in einer gewissen Weise. Denn wir haben gesehen, dass vor allen Dingen bei den internationalen Wettmärkten extrem viele Leute davon ausgegangen sind, dass Trump diese Wahl zu 100% gewinnen wird. Ihr könnt es sehen, die Quoten waren zwischenzeitlich bei 66 zu 34% für Trump. Das ist aber, wie gesagt, auf internationalen Wettmärkten, das sind nicht die realen Wahrscheinlichkeiten, ob Trump oder Harris gewinnen. Diese Wahrscheinlichkeiten der tatsächlichen Wahl, diese Wahrscheinlichkeiten sind deutlich näher beieinander und werden auch deutlich näher beieinander erwartet und geschätzt. Das heißt, wir hatten hier natürlich im internationalen Raum, vor allen Dingen im Kryptomarkt, eine ganz, ganz klare Überschätzung der Wahrscheinlichkeiten, dass Trump gewinnt. Eine Art FOMO, dass Trump gewinnt. Dadurch ist der Preis natürlich auch angestiegen, weil viele gesagt haben, Trump hat sich ganz klar pro Krypto positioniert. Und deshalb wäre eine Wahl von Trump bullisch für den Preis. Und jetzt ist wahrscheinlich über die letzten paar Tage einfach ein bisschen Realität wieder reingekommen. Wir sehen, die Quoten passen sich mehr und mehr den Real-Prozentwerten der Wahrscheinlichkeiten an. Und dementsprechend sind Leute jetzt eben doch so, jetzt wo es endlich passiert, ja, viel im Kryptomarkt. Trump wird auf jeden Fall gewinnen. Bitcoin wird long gehen. Altcoins werden long gehen. Trump wird gewinnen. Die Leute kaufen rein. Eine klassische Situation eines potenziellen, buy the rumor, sell the news event, ja. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass die News, die wir ja dann bekommen werden, in Anführungszeichen, eine News sein wird, eine Doppel-News. Nicht nur, dass die News dann rauskommen wird, sondern wir haben auch noch eine extreme Meinung, was sozusagen positiv und negativ angeht. Ich weiß, in seinem ersten Interview hat Zizi von Binance gesagt, er glaubt, dass beide Kandidaten bullisch für Krypto sind. Aber man muss ja ganz klar sagen, die öffentliche Meinung ist definitiv eher so, dass sie sagen, okay, Trump wäre bullisch für Bitcoin. Wenn wir jetzt die News reinbekommen, ja, und dann sogar noch etwas passieren würde, wie das Harris gewinnt, das wäre natürlich dann in dem Moment natürlich katastrophal für Bitcoin. Aus diesem Grund muss ich ganz klar sagen, Leute, die nächsten 48 Stunden werden unglaublich spannend. Ich werde weiterhin in meiner Short-Hedge-Position verweilen. Ich kann euch auch jetzt schon mal sagen, ja, wir werden in den nächsten 48 Stunden wahrscheinlich Chart-mäßig nicht zu viel sagen können. Außer wir haben natürlich ein Szenario, in dem der vom Kryptomarkt favorisierte Kandidat gewinnt. Und in dem Moment natürlich dann die Kurse doch nochmal sehr massiv explodieren. Also es wird extrem spannend, Leute. Ich sage einfach mal so, hier jetzt zu traden mit Sculpt-Trades ist sehr riskant. Ich will es euch nochmal gesagt haben, ja, große Profite werden möglich sein. Ich persönlich bleibe erstmal in meiner Short-Hedge-Position, weil wie gesagt, wenn die ganzen bullischen Szenarien jetzt passieren, die wir zum Thema Wahl natürlich jetzt auch in Anführungszeichen besprochen haben und es führt doch nicht zu einem Sell-the-News-Event, was wie gesagt selbst passieren könnte, wenn der favorisierte Kandidat vom Kryptomarkt gewählt wird, ja, der sozusagen von der Allgemeinheit als mehr Bullisch für Krypto angesehen wird, dann muss man trotzdem ganz klar sagen, es ist trotzdem nicht unbedingt so, dass Bitcoin dann sofort auf 100.000, 200.000, 300.000 Dollar schießen muss. Ja, weil wahrscheinlich wird dann trotzdem erstmal die Realisierung sein, okay, es verändert jetzt im ersten Moment trotzdem nichts am Preis in den nächsten zwei, drei Tagen, auch wenn der Kandidat gewählt wird. Und was wir sehen können ist, dass wir bei der Bitcoin-Dominanz aktuell ja wirklich sehr, sehr rasant ansteigen. Und das sehen wir meistens in Phasen, wo der Markt wirklich eigentlich nicht bereit ist, weiter nach oben zu moving. Und die BTC-Dominanz steigt weiter an, der Widerstand kommt erst bei den 65, 66 Prozent rein. Das heißt auch, wie gesagt, unabhängig von den US-Wahlen und deshalb bleibe ich auch erstmal noch in meiner Short-Hedge-Position, glaube ich, dass mit diesem Weekly Candle Close, wenn wir ihn wirklich unter den 69.000 Dollar reinbekommen, wir selbst mit einem bullischen Wahlergebnis, weil das halt einfach schon so overhyped war, ja, bevor überhaupt klar wurde, ob das bullische Szenario sozusagen, das vom Kryptomarkt angesehen wird, überhaupt stattfindet. Das finden wir jetzt ja auch erst in über 24 Stunden raus, war es schon so overhyped, dass wir natürlich bei Bitcoin so einen starken Growth gesehen haben, dass selbst wenn jetzt das erwartete Szenario passiert vom Kryptomarkt, dass es dann trotzdem erstmal korrigiert. Ja, und wenn dann noch das unerwartete Szenario kommt, ich meine, dann will ich gar nicht wissen, was dann vielleicht kurzzeitig auch mal mit dem Preis passieren kann. Aus diesem Grund bleibe ich mir lieber abgesichert aktuell in einer Short-Hedge-Position. Leute, ich denke, ich werde wahrscheinlich in weniger als 24 oder in etwas über 24 Stunden direkt wieder ein Video machen, euch dann updaten, weil ich glaube, genau dann, nachdem dann sozusagen der Markt auf das Ergebnis reagiert hat, genau dann werden sich sehr, sehr gute Sculpt Trading Opportunities bieten. Die werden wir dann natürlich auch mitnehmen. So wie immer update ich euch natürlich auch auf Levex. Leute, ihr wisst es, ihr könnt komplett kostenlos hier meine ganzen Posts mitverfolgen, wann ich Profite nehme. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr dann auf mein User-Profil geht, auch meinen Trade live mitverfolgen. Hier oben zum Beispiel könnt ihr mal sehen, wenn ich Profite nehme, wo mein Stop-Loss ist, ob ich hochskaliere. Einfach auf Levex einen Account haben, egal ob ihr über einen anderen Krypto-YouTuber registriert seid oder nicht. Das ist an sich egal. Ihr geht einfach hier in die Suche, geht einfach auf Kryptomo und folgt hier mir einfach rein. Dann kriegt ihr hier nämlich in eurer Sidebar auch diese ganzen Updates im Exclusive-Content. Könnt ihr einfach reingehen und dann seht ihr hier meine ganzen Updates. Ich kann da auch Videos posten. Wie gesagt, ich poste da immer, wenn ich Trades mache und so weiter und so fort. Alles for free, so wie immer hier auf diesem Kanal. Jetzt würde ich aber tatsächlich sagen, wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Es gibt jetzt wirklich nicht zu viel zu sagen, charttechnisch, außer dass wir natürlich hoffen können, dass wir hier drüber schließen. Auf den kleineren Timeframes, wie ihr sehen könnt, passiert aktuell nicht allzu viel. Also selbst auf den ganz kleinen Timeframes wir formen hier jetzt aktuell keine wirklich relevanten Chart-Pattern, wo man irgendwie sagen könnte, okay, hier warten wir jetzt mal aufs Breakout oder so. Klar, wir haben einen leicht abfallenden Widerstand. Wenn wir den nach oben hin durchbrechen, ist bestimmt ganz gut. Aber ob das so realistisch ist bis zum Tagesende, naja, das bleibt abzuwarten. Ich würde sagen, wir sehen uns wahrscheinlich schon sehr, sehr bald wieder in einem Video, weil es bleibt jetzt einfach sehr, sehr spannend und es wird nach der Wahl auf jeden Fall die ein oder andere gute Skype-Möglichkeit geben. Das heißt, abonnieren, die Glocke aktivieren, lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und damit würde ich sagen, bevor meine Stimme den Geist aufgibt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.